ich glaube dem schiff möchte ich lieber nicht begegnen oder zumindest nicht in einen kampf mit dieses mit diesem schiff verwickelt werden aber wer weiß so wo müssen wir überhaupt hin können wir es beschleunigen gut aber ja nur 1200 meter vor uns das kriegen wir auch wieder hin das ist ein geiles lied was wir haben drunken sailor nicht mit dabei das geht doch gar nicht müssen unbedingt die neuen schonties suchen ist tot ich habe die koordinaten ich weiß wohin die assassinen wollen dann sollten wir eilen ich glaube ich weiß auch die welt existiert noch haben sie sie entdeckt haben sie noch nichts damit angefangen edelmütig von ihm es sollte noch zeit sein master gist bleibt hier ich begleite mit verlaub ist das vernünftig als großmeister muss ich die vorläufer sache zu ende verfolgen und dem tod von nach ihres bruderschaft beiwohnen gut gut ich wünschte das könnte zu komplikationen in ein erdbeben auslösen sind hier zum glück nur wenige betroffen ich habe dennoch nicht vor eure früheren brüder eine vorläuferstätte zerstören zu lassen oh ja wie schön wenn es nur nicht so verdammt kalt wäre seid vorsichtig das eis ist teilweise rechte mal da ist direkt ein assassinen schiff da trist aber wir sind in der unterzahl bleiben wir unsichtbar und vermeiden unnötige kämpfe eure assassinen würden euch kaum wieder wie soll ich denn das jetzt machen so ihr habt da was zu tun hey kann doch nicht wahr sein dass ihr jetzt keinen davon umbringt soviel zum thema vermeiden wir unnötige kämpfe ne ach klingt mal neue kugeln glück haben wir hier genau das richtige schlafpfeile ja so headshot ja hast du was liebenswertes für mich ne aber du hast doch ah wie du da liegst ist auch nicht so genial ne wir haben alle keine kugeln für mich naja muss man eben ohne auskommen gerade drum und vorwärts ich finde einen anderen weg gut gut auf seht ihr sicher dass das ding hält Nein. Ich komme mir nicht hinterher, ist super. Komme ich da dran? Power. Super. Berserker. Das, äh... Das ist nicht so geil. Äh... Hey! So. Naja. Hol ich mir noch ein bisschen Munition ab. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Dann bin ich gegen das Mikro gekommen. Hm... Hier komme ich bestimmt hoch. Ja, wenn ich da mal hochkomme. Nein! Dann komme ich doch einfach hier hoch. Geht auf. Ah, die Zeichen kennen wir doch aus Teil 3. So, ähm... Oh! 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 Äh, ja. Also, ich muss... Sieh nicht besonders cool aus hier. Also, ich muss... So macht man das. Ach, meine lieben Freunde. Achilles. Ist das der Apfel? Nein, fasst dir bloß nichts an. Shea hatte recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Endlich versteht ihr es. Achilles. Dies ist eine Struktur, die die Welt zusammenhält. Kein Instrument der Kontrolle. Das ganze Ungemach wäre vermeidbar gewesen. Hättet ihr mir nur zugehört. Respektlos bis zum Ende. Ja, wir arbeiten daran. Recht oder nicht, Shea. Ihr habt uns alle betrogen. Achilles und mich. Sagt der Mann, der mir in den Rücken schoss. In der Siedlung? Das war der Chevalier. Ich treffe immer. Nein. Nein. Das... Ist dumm gewesen. Lauf, mein Lieber. Lauf. Was anderes... Kannst du hier nicht mehr machen. Ich habe noch eine Pistole. Die Frage ist, ob ich... Oh... Ey. Es ist halt doch mal ein bisschen gemütlicher. Mit all dem... Ich habe keinen... Bock darauf, dass hier alles... zusammenfällt. Das... Das erinnert mich gerade. Boah, es gab so eine geile... Oh. Serie aus einer Kinderzicht. Die hieß Galactic Racer oder sowas. Da gab es auch so eine Szene, wo in der Höhle überall was... zusammengebrochen ist. Die Vorröfer-Schatulle ist sicher, Shea. Der Chevalier hat dafür gesorgt. Ihr findet sie niemals. Nein! Die Phantoms-Leiche, Shea. Tut mir leid. Oh. Zweimal kommt man da nicht durch. Der Knüpp verlässt euch. Der Knüpp verlässt euch. Der Knüpp verlässt euch. Aua. Erstmal nachladen. Erstmal nachladen. So. Was? Sind wir jetzt beide tot? Das war... Glück. Wie oft soll ich es denn noch sagen, Liam? Ich mache mir mein Glück. Und wie macht ihr das? Bastard? Brecht ihr als das Schienen? Betriegt jeden von uns. Paktiert mit unseren Feinden. Hand drauf her! Um die Welt zu retten. Ich hoffe, diese Welt ist eine gute. Mhm. Geh, vielen Dank. Die Welt ist wichtig. Immerhin wäre es wichtig. Ich habe mich gefallen. Ich bin emphöyert, dass ich mich für dich. Ich habe den Kopf, was du hier noch nicht. Ich habe mich dagegen auf dem Kopf. Ich habe mich über den Kopf. Und ich habe mich überrasst. Ich habe dich geracht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ey, der ist jetzt auch nicht mehr alles. Oh, jetzt geht's ihm wieder gut. Stimmt's nur etwas häufiger als sonst. Er versteht, was diese Vorläuferstätten sind. Ohne ihn setzen die Assassinen die Suche fort. Guter Punkt. Oho. Nicht von Liam erschießen lassen. Aber ich habe doch eine Energiestrahlwand. Vergesst niemals, was hier geschah. Ich nicht. Aber die Welt wird es. Stimmt, wir haben ja in Assassin's Creed 4 auch die Artefakte genommen. Master Gist hat die Aufgabe, alle verbleibenden Spuren der Assassinen auszulöschen. Master Weeks und die anderen helfen ihm, natürlich. Achilles hat alles verloren. Er wagt sich nicht aus seiner Heimat. Sicher nicht. Shay, die Suche nach den Vorläuferstätten ist vorbei. Doch die Schatulle... Ihr werdet sie für den Templerorden und mich finden. Sie kann überall auf der Welt sein. Ihr könntet Jahre brauchen, sie zu finden. Vielleicht euer ganzes Leben. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Gut. Boah, verdammt nochmal. Unglaublich. Wer hätte gedacht, dass Shell so viel Potenzial hat? Gut. Wenn es zum Beispiel auf der Welt gibt,